hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video zum thema kong exiles battle pass beziehungsweise herausforderungen heute geht es noch mal um eine spezielle herausforderung und zwar ist das eine legendäre herausforderung 450 xp gewölbe hafen der zweifach ertrunkenen abschließen das ist das gewölbe was jetzt gerade aktuell hinter mir ist und ich bin genau hier unten in e7 das kann ich euch mal ein bisschen vergrößern hier bin ich gerade und ich zeige euch mal eben im schnelldurchlauf wie ihr am besten durch das gewölbe kommt das gewölbe ist übrigens dann abgeschlossen beziehungsweise die herausforderungen auch abgeschlossen wenn ihr den endboss besiegt hat der drei köpfe ihr müsst aber immer falls ihr noch nie in sowas drin gewesen seid immer diese runden stellen diese riesigen schalter sage ich jetzt mal suchen wo er drauf lauft die sich dann aktivieren die dann so anfangen zu leuchten und entweder direkt hinter euch beziehungsweise hinterm schalter die tür freigeben also öffnen oder andere wege freigeben wie er dort hinkommt da die beiden ja ich sag mal ertrunkenen verließe etwas komplizierter sind lasse ich das mal im schnelldurchlauf im hintergrund mitlaufen was Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020